Ich werde nie diese krankhafte Zwangsvorstellung verstehen, materiellen Reichtum anzuhäufen. Sie verbringen ihr ganzes Leben damit, Intrigen und Komplotte zu schmieden, um immer mehr Besitz zu erwerben. Sie raffen so lange, bis sie nicht mehr wissen, wohin sie mit dem ganzen nutzlosen Zeug sollen. Und es geht so weiter. Sie sterben, ihre Verwandten verkaufen alles und der Kreislauf fängt von vorne an. Ist er denn gar nichts, was sie sich wünschen? Ich habe meine Arbeit. Was brauche ich mehr? Einen Anzug aus feinster andorianischer Seide. Ein Ring aus purem Surax. Oder aus Tanish-Keramik. Ein komplettes Gedeck. Oder wie wäre es, mit einem latinum-veredelten Eimer zum Schlafen?